I wanna be daylight in your eyes, I wanna be sunlight only one Wir Engel für Deutschland, der Grand Prix Traum, der No Angel In diesem mysteriösen Tuch Hier drin ist das Joghurt, also ich schätze, da sind wahrscheinlich zwei Becher Joghurt hier drin, oder? Ein Kilo? Ein Kilo, zwei Becher, zweimal 500 Gute Auge, oder? Haben Sie das damals auch so geguckt? Ja, im Badezimmer, das macht man ja bei uns, also das Im Badezimmer, aufgehangen Also aufgehangen, weil ich Kochen im Mars führt Vanessa und Lucy auch zu einem Hamburger Radiosender Vanessa schnappt sich die EgoCam um die Lage Die EgoCam um die Lage zu erkunden Mein Kopf ist nicht so groß, aber ist trotzdem hier drin Können Sie mich schon sehen? Können Sie mich schon sehen? Okay, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen auf Ein letzter Blick auf die aktuellen Konzertdaten der No Angels Ab wie viel Grad fängst du an dich wohl zu fühlen oder gehst du ins Wasser? Also ich gehe ab ungefähr 26 Grad gerne, fast gerne ins Wasser und so ab 29 genieße ich es dann auch Hast du sonst vielleicht auch ein bisschen Angst vor den großen Fischen hier in Neen? Da sind Fische drin? Ich glaube schon, oder? Ja, dann gut, dass ich da nicht drin bin Sagen wir es mal so Also bist du kein Wasserfrosch? Ja, ich war früher als Kind und Jugendliche schon Wasserfrosch Aber so, jetzt so Ich muss jetzt natürlich wegen meiner Tochter wieder mutig sein Auch als wir in der Karibik waren Und dann sind da so Fische und ich so Ja, die sind total toll auch Und ja, aber das muss für mich nicht unbedingt sein Oh mein Gott! War das schlimm? Oh Gott! Ich kann nicht mehr Was ist eigentlich hier los? Kiki Der war nix Was ist eigentlich hier los? Ich kann nicht mehr Ich kann einfach nicht mehr, verdammt Verdammt nochmal Hallo! 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 Oh schau dir! Wir sind in Monaco Wir sind in Monaco Und wir haben heute einen Auftritt In Monte Carlo In Monte Carlo Wir sind nicht in Monaco Aber mein Gott Was soll das? Dasselbe Monte Carlo ist in Monaco Ah! Die weiß ja gar nix Auf jeden Fall haben wir hier einen Auftritt Und trinken viel Vitaille Und gehen jetzt essen. Und gehen jetzt essen und schwimmen. Und tschüss! Escher Road Brothers mit einer Volle. Und die Neuengels sind das hier mit ihrer aktuellen Single One Life. Das seit letzter Woche draußen. Und ihr habt ja schon einen Stolz. So ihr Lieben. Ne? Macht mir keine Schande. Was soll ich jetzt gehen? Und gehen. If you are a man. Okay, der ist in die Hose gegangen. Familie. Mir ist vor ein paar Tagen die Engel nach drei Jahren Pause wieder zueinander gefunden. Mit Ritualen wie dem gemeinsamen Kochen. Aber welcher Klingelton ist denn absolut? Ich finde diese ganzen Frog-Geschichten diese also sowas würde mich dann doch bisschen abteuern ehrlich gesagt. Schade. Und walked inside I saw what the hell Lache. Schiii. Hahahaha. Better watch your back. Better watch your back. Hahahaha. Ah ah. Ah. Hä? Wo ist er denn? Hahahaha. Sein Cut. Hahahaha. Ey, wenn ihr wüsstet wie ich hier schwitze, ich zieh mich gleich nackig aus. Cause you know. And I know it. Ah 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 ah. Hahahaha. Hahahaha. Überfluss hat dann Sandy auch noch irgendwas rascheln gehört. Was hast du geputzt oder was hast du gemacht? Ich hab's auch gehört. Moment jetzt mal. Und plötzlich hörten wir es alle. Hör mich mal hier. Hört sich angehört wie eine Maus, oder? Äh, mach doch keine Scheiße jetzt. Ja sorry. Nein. Sag mal, weißt du das jetzt ehrlich? Hast du das auch gehört? Ja. 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 Ich auch. Da. Hast du gehört? Hahahaha. 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 Moniz. Das darf man nicht die Schränke sein! Ich mein ja der am schrank. Oh das sagst du! Ja wie komme die denn da drinnen? Ja Löcher gibt einen Löcher da. Löcher gibt die Ölstetze. Löcher im Holz gemacht. Ja natürlich. Mäuse machen… Ja, Mäuse sind Fleck-Nagetier, Du. Ah ne das bitte keine Mäuse! Das ist jetzt kein Scherz jetzt, das ist kein Scherz jetzt, ne? Oh komm, wir gehen, bitte, komm. Ne, die Butter wird dann ziemlich befallen. Komm, wir bauen dann eine Kralle auf oder so nachher. Oh nein, nicht umbringen. Doch, mit Käse. Wir müssen wenigstens wissen, ob es stimmt. Idi hat hier schon angebissen. Und das alles, obwohl wir so müde waren. Kein Wunder, dass wir auf der Fahrt zusammen sind. Was ich nicht mag, sind so Miesepeter und Zicken und Langweiler. Und ich liebe Sommer, alles was mit Sommer zu tun hat, vor allen Dingen die Sonne. Und ich hasse eigentlich die Kälte, außer wenn es richtig schneit. Das ist gut zu gehen und ich mag es an Menschen nicht, wenn sie aggressiv sind. Und arrogant sind. Das kann ich nicht leiden. Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind gelbe Sofas. Genauso wie Lucy von den No Angels. Die hat im Vorjahr beim Promi-Dinner am Sieg vorbei gewürzt. Seitdem, sagt sie, hat sie aber viel dazugelernt. Und das will Lucy. Zehn Jahre? Bald jetzt? Sechs Jahre? Andersrum, andersrum. Ich hab mich schon verwechselt. Okay. Das ist schwierig. Von Patchwork? Irgendwie drei sind Solo oder die meisten wie Patchwork Family? Wäre das was? Sagen wir so, wir kennen das. Wir kennen das. Wir kennen das. Sehr gut. Ja. Cut. Das ist gut. Ich hab dich nicht. Das ist gut. Das ist gut. Boere. Na Gene. Das ist gut. Daetést du dich. Ich hab dich.